UNTERTITELUNG Seine Manier? Wenn wir dorthin fahren, sind wir selbst in Gefahr. Armin, tu's einfach! Diese Frau muss sterben. Enttäusche mich nicht! Esa Casanova, das ist die Journalistin, die meint, wir hätten hier nichts verloren. Nicht. Ich habe sie nicht in mein Land eingeladen. Wir haben zu wenig Leute. Und los. Ich glaube, da kommt unser Frühstück. Los, 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 los! Französische Armee, wir holen Sie hier aus! Und wie sind Sie hierher gekommen? Mit dem Fallschirm. Wir haben den Auftrag, Sie zurückzubringen. Und das werden wir auch. Was haben Sie dem getan, dass er so besessen ist? Er darf sein Gesicht nicht verlieren. Er wird alles tun, um mich wiederzukriegen. Na, dann haben wir hier schöne Aussichten. Sie werden alle sterben, weil Sie uns Ihre Gastfreundschaft angeboten haben. Jetzt lassen wir uns nicht noch wegen drei Mistbauern den Arsch durchsieben. Verdammt! Diese bescheuerte Journalistin geht jetzt zu den drei Mistbauern. Wo ist sie? Ich habe Angst. Ihr habt doch genauso viel Angst wie ich! Doch, noch nicht! Nein!